jo leute willkommen bei einem kleinen update video von test server von planet side mit marcus und sven servus hallo ja wir fliegen hier über den neuen continent oder battle content wir sind uns noch nicht sicher was das mal werden soll kurvier ist der co kultur der name ist hier ziemlich käse geräumt hier das ist ein bisschen er hat berge wie auf amerisch und auch so grünes gras zeug aber naja bisher sind es hauptsächlich noch die großen basen an denen gearbeitet wird also das hier werden mal die großen wesentlichen werden die mehrpunkt basis und wir werden von lockern raketen erfasst also das ist sehr gut sehr viel los auf diesem foto da sind deutschland ja habe ich drauf ja ich vermute auch das bestimmt mehr gelände details hinzugefügt werden weil momentan sieht es aus der deutschen ein ziemlich großer rasenfläche mehr ist es ja ich nicht ein paar bäume sehe ich jetzt gerade so aber sonst ich denke fast dass das hier ein rasenplanet bleiben wird kontinent ja so warum ist ja ich wieder mit lockern aber ich verstehe aber ich verstehe es ist gut ja gut es wird dann aber auch massiv auf panzerschlachten hier rauslaufen wenn das hier wirklich so ist flach bleibt schöne deckung hast du auch durch die felsen werden die trainer wieder gewonnen gewinnen ja beim nächsten loggern steigen aus so jetzt werden wir geschossen erst da gut aber momentan ist auch die fps noch viel besser als wir auf den anderen kontinenten hierher sind ja auch noch nichts da und ja wir sind es gleich wieder juli das immer zurück wir wurden gerade von einem lieben war nur facken arsch oder was heraner abgeschossen heraner mit an die locker jetzt haben wir uns ein bisschen aufgerüstet dass mir noch einmal bisschen was zeigen können wenn uns wenn ich gegen einen baum fährt oder so ging was von dem baum oder es gibt auch die schausten kann er dauerst ja ich mir auf einmal gesehen natürlich gibt es wollen wir suchen wir suchen bitte die bäume abstand dass du wirklich genau das bäume ja ja und ja das was sind hier noch spezialisch ist momentan gibt es noch keine schilder am wort geht also du kannst hier geschossen werden überall ja da war jetzt keine schilder genau du kannst überall und momentan gibt es auch noch keine ressourcen auf diesem planeten also die regeln regenerieren sich auch noch nicht selbst deswegen sie arbeiten ja noch überall dran doch fliegst du mal weiter noch ein bisschen oder ja ich fliege mal noch so einen erwünschen hier was habe ich tue texturen sehen bis jetzt nicht mal so verkehrt aus jetzt kommt die fliegerskills sind auch nicht so mal was sie waren vorm krieg hallo hallo hier ja nicht deswegen würde ich sagen schönes neues feature hier habe ich einen kleinen wald gefunden dass sie hätten lieber ein bisschen mehr bugs raus fixen sollen aber naja sie machen lieber mit noch ein paar neue bugs rein ja wir halten euch auf dem laufenden was hier noch passieren wird und ja ich würde sagen das sind wir soweit durch also jetzt war wohl auch noch was dazu sagen hört euch an was ich kann na 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 ja das ist gar nix hier sind natürlich eine technik anlage durchgeflogen deutschland flaggen weil das in deutschland interessieren aber jetzt ist ein outfit mit deutschen dings als zeichen und wenn ich es einnehmen ist ihre flagge dort auf der base gut das war es dann auch von den zwei zum thema es sind schulde da jetzt haben sie sich erst jetzt sehe ich sie auch erst ja als ich dagegen geklatscht bin ja leute also dann sind wir wieder da nein die waren nicht da bis zum nächsten mal